Die Spalte 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 Sobald die Spalte hier relativ sicher ist, können wir auch weiter vorgehen gegen die Spezies 8 bis 7.2 Denn noch schaut es ja alles andere als rosig aus Okay Schau mal hier runterfliegen Dann Nein, komm her Fixieren, du darfst das Ding ja beschützen Und ich hoffe der ist jetzt langsam mal fertig Ich brauche jeden Knoten hier unten So und Da sieht man schon, hier wird gerade massiv in den Spalt reingeschossen Und da ist ein Mann schon wieder draufgegangen Was nicht allzu gut ist Komm schon Hinterherworpen Hallo Jetzt streunt hier einfach so ein Schiff rum Die Spezies 8 bis 7.2, das ist nicht schön Einmal wieder zurück Jetzt ist es zumindest Na, komm, die Freunde her Ist das Konstruktionsschiff schon mal da? Wir dürfen hier nämlich mal was hinbauen Komm, schießen ab, schießen ab, schießen ab, schießen ab Ja, 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 ja Boah Knapp Knapp, knapp, sei es zu knapp sogar Und werden zu arg beschossen Das gefällt mir gar nicht, ganz und gar nicht Ah, stimmt eigentlich, wir könnten ja hier noch Ups Ja, mir Hö Kommt ja, Kreuze darunter So, was machen Sie da hinten? Ach, verdammt Hier hinten ist bestimmt noch was, oder? Ja, natürlich Wie kann es auch anders sein? Ähm Das heißt, noch mehr Verteidigungsstationen Oh, und bitte, bitte überleben Der Nexus muss stehen Sobald der steht Kann ich hier Remy-Demy machen Ich kann hier Basen aufbauen und hochziehen Und alles, was gerade nicht gebraucht wird, hier hinschicken Noch sind es kleine Schiffe Ich befürchte, aber die werden bald ziemlich groß werden Ähm, und hier ist auch das Dumme Ich kann nur Scouts bauen Gut, ich kann es nochmal durch die Gegend schicken Das war es dann aber auch schon Ah, Gott sei Dank Der Knoten ist gleich fertig E2, Befehl Suchen Und ja, ja, ja Perfekt Dann bauen wir hier jetzt den Produktionsmatrix auf Und alles, was wir brauchen Zwei Assembler So, ein paar mehr Geschütztürmchen aufbauen So, ja Ich werde gewinnen Nicht du Hoffentlich Oh, super knapp Dann ab zum nächsten Ein Energieknoten hier hin Ich lasse das Ding so voll Okay, und zum nächsten Du brauchst mir hier Den hier hin Dann Modifikator Wir brauchen Modifikationszentrum Verdammt Aber zum Glück Nur noch große Schiffe übrig Ähm, ja Doch, können wir noch Satelliten hier entbauen Das gleiche machen wir hier Ob die es überleben werden, weiß ich jetzt selbst nicht so genau Ich hoffe einfach mal Ähm, du bist fertig, das ist gut Dann brauchst du mir hier noch ein Geschütz hin Äh, du fliegst durch einen Raum durch, der dich tötet Das finde ich immer recht gut Ja Ja, super Hätte ich jetzt selbst nicht besser machen können Ja, na gut, was wüsste machen Kannst nix machen Ähm Hier wird schon gebaut Hier wird gebaut Ah, da haben wir doch Bauen wir ein bisschen was Damit wir was sehen können Ich meine, so gar nichts zu sehen Ist ja auch nicht gerade so Das wahre Hier unten eine kleine Phalanxen Und Ja Danke fürs Gespräch Äh, die beiden müssen noch nachher nach unten fliegen Und, und Nein, lass in Ruhe Lass in Ruhe Dankeschön Genau Fliege in die Wolke rein Fliege Ja, schön machst du das Es sollten sich mehr Äh, mehr Für deine Spezies Ein Beispiel daran nehmen Ähm Hier wurde gebaut Hier wurde gebaut Einmal den Hirn bauen Einmal den Hirn bauen Damit Wird es immer schlimmer Hier Hm Nicht gut, gar nicht gut Einfach mal hier eine kleine Truppe hinbauen Ähm, das, das funktioniert dann schon Ähm, dann ein Borg Recycler Formieren Hauptsache mal einiges hingepflanzt Hier funktioniert alles So was sie das mal nach hierhin fliegen Und das wird ein kleiner Angriffstrupp werden Der damit beauftragt wird Hier die Grenzen hier zu sichern Denn Das ist mir hier leicht zu unsicher Warum? Ich weiß nicht Äh Oh Und, und Wirst du sterben? Ja, du wirst sterben Das finde ich schön, dass du dich opferst Ja Könnten wir von deinen Leuten machen Hätte ich nichts dagegen einzuwenden Ähm, hatte ich nicht irgendwo ein Bauschiff? Moment Zwei, drei Ah, hier Muss ich doch Irgendwas war doch hier noch Oh, warum hier noch ein Disruptor hin? Ich meine, wir haben es ja Äh, zumindest noch Sphäre in Regeneration Hmm Könnten wir machen Machen wir aber nicht So Damit ist alles gesagt Ja, ich bin stolz auf euch Und ja Das verstehe ich nicht Ähm, die Gers-Medaton Nein Die Gers-Medaton Bauen wir eigentlich schon Warum hier nochmal so eine Werft hin? Besser kommt nach dem Hör auf Wir verbraten es uns viel zu viele Rohstoffe Mit der Armee Gehen wir mal auf Beutezug Und der Knoten wurde gebaut Dann können wir die Schiffsverweiterung hinbauen Im Aussehen gebaut Sehr herrlich ist es hier Ähm, dann könnten wir eigentlich Ja komm, wir bauen hier jetzt Kanonen Und alles voller Kanonen Besser gesagt Torpedowerfer Ähm Gut Haben wir hier entworpen? Das Schiff Werde ihr bekommen Ich bin mir sicher Wenn ihr auch einmal im Verbund gehen würdet Irgendwohin wieder verschwunden Nicht so schön Ja, da ist es wieder Super Das Schiff verarscht mich doch jetzt, oder? Komm Angreifen Doch nicht Ach Gott Ähm Ist ja das Komm Befehl Der Montage Ihr seid nichts zu gebrauchen Ist echt schlimm mit euch Ähm Kann ich? Ja, ich kann Ich kann den Mund abbauen Okay Okay Jetzt werden wir hier noch Ein Ich kann heute noch eine Ähm Ein 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 und wir haben doch hier den bock recycler genau lithium von metall die werden ja wahrscheinlich nie aufhören heraus zu strömen aber können es doch zumindest leicht unterbinden das würde ich gerade schon sagen habe ich hier gar nichts hingebaut so hinzu kommt jetzt noch dass wir komm hier überhaupt mal hin das kann jetzt echt angst wenn es hin mehr bohrkuchen müssen hier fehlt der montage ich brauche nicht mehr und auf zur fröhlichen jagd hallo komm so langsam sei doch auch wieder nicht nach ja die mission könnte ich mir jetzt auch spannende vorstellen ja gut wenn ich jetzt hier nicht alles gesichert hätte dann ok wer ist wahrscheinlich anders gelaufen ja da war doch was kriegsschiff psionischer waren okay ein bisschen waren schadet nie